Musik Wir sind hier in St. Nikolaus beim Caritas im Seniorenheim. Und das ist die Frau Weber, ich bin der Werner Abromeit von der GVG. Wir übergeben heute unseren All-Inclusive Weihnachtsbaum hier an die Frau Weber, der Bürgermeister. Herr Keppler hat freundlicherweise St. Nikolaus hier ausgesucht und wir übergeben insgesamt drei Weihnachtsbäume in Pullheim und weitere zwölf noch im Rhein-Erft-Kreis bei unseren ganzen Partnern, die wir in der Region haben als GVG. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sind und diesen Weihnachtsbaum hier offiziell übergeben dürfen. Frau Weber, bitteschön. Wir freuen uns, dass wir, warum auch immer, vom Bürgermeister gewählt wurden und freuen uns, dass wir hier einen fertigen Tannenbaum von der GVG geschenkt bekommen haben. Ja, sehr gerne und wir wünschen viel Freude mit dem Weihnachtsbaum und eine schöne Weihnachtszeit an alle Zuseher und Zuhörer. Natürlich auch und guten Start ins neue Jahr. Ja, sehr gerne. Ja. Ja, sehr gerne.